so herzlich willkommen zu einem neuen video ihr seht schon moment das ist weder und ein spielmodus noch sonst was dann ist einfach ein einfacher free build server und zwar ist der iocraft server iocraft punkt de ich finde es recht nice elect weder also manchmal ein bisschen die lobby ok jeder kann hier natürlich bauen ich habe hier so ein bisschen gebaut die spiele seit einem halben jahr war dann mal kurz drei vier monate in aktiver bitz wieder vor zwei drei tagen angefangen zu zocken aber mein ganzes haus abgerissen baut das gerade neu und ich wurde sagen das ist keine eigene ich will einfach dass das war wieder etwas belebt wird weil er hat ich weiß gar nicht 120 slot plätze es ist nicht der größte server ich mag so kleine server eher weil hier mehr liebe drin steckt und wie die endlich mal kriegst mich sowieso nicht hier steckt halt meine liebe drin gerade so wenn man so die bauwerke dann von der hand aber sieht ich finde das einfach sehr sehr schön gebaut also meine kinder echt bauen das ist wahnsinn ich kann ja maß das ist ein eigens angelegtes home das habt ihr leider nicht wenn er auf den server sind die ip sei unten hier gibt es einfach villager aber das ist gar nicht das was ich euch zeigen will was die falsche richtung ich muss hier aus und komm raus und zwar gibt es hier riesen bauwerke hier hat einer sich richtig mühe gegeben gut das ist jetzt ein großprojekt was ich glaube mehrere leute sogar gebaut haben aber geset euch sowas an das ist einfach nur wahnsinn ihr seht bis 25 ist es heute ich bin ja noch vor produktion weil ich ja dann erinnert zum training gehe und da will ich wenn ich nichts mehr videos noch hochladen für den nächsten bänden tage weil es kam ja mona kinesische video sollte drinnen selbst ist das gigantisch geil ich würde sagen ich schreibe die ip einfach mal unten in die beschreibung sollte sollte einfach mal im server nicht wundern hat jahren als ihr das hat man sie ja atmen und ohne glaube ich nicht ne ohne sein oder ist sie nicht aber admin joint einfach mal server wenn ihr lust habt und wie zu bauen es ist natürlich jetzt keine große erklärung hier genauso sieht genial aus und natürlich mein eigenes worum habe ich natürlich klassisch benannt nach voll weg gehen ja ich land wieder mal unten das ist der einzige pack der manchmal ist so jemand jetzt ruft auch jemand an okay das muss ich ausblenden also nicht wundern gut aber ich sagen sehen wir uns morgen beim neuen video wieder und bis dahin viel spaß